Es ist fast Ende Oktober, meine Lieblingszeit des Jahres. Von allen Festen mag ich Halloween am liebsten. Vor Monaten hatte ich mir genau überlegt, als was ich mich verkleiden wollte. Ich finde es super, mich zu verkleiden und mir das Gesicht zu bemalen. An dem Tag, also am 31. Oktober, kann man auf den Straßen die Menschen mit gruseligen Kostümen sehen. Die Häuser und Geschäfte sind mit beleuchteten Kürbissen, Spinnweben, Fledermäusen und Skeletten geschmückt. Seit einigen Jahren wird Halloween auch in Deutschland immer beliebter. Verkleidete Kinder und Jugendliche läuten an der Haustür und sagen den Spruch Süßes oder Saures. Das bedeutet so viel wie Gib uns Süßigkeiten oder du bekommst Ärger. Woher der Brauch ursprünglich kommt, ist nicht genau bekannt. Viele Menschen glauben, dieser Brauch kommt aus den USA. Das stimmt aber nicht. Halloween feierten die Einwohner Irlands schon vor vielen hundert Jahren. Sie glaubten, dass an diesem Tag die Seelen der Toten zurück auf die Erde kommen. Deswegen sind die meisten Halloween-Kostüme gruselig. Feierst du Halloween? Wenn ja, als was verkleidest du dich? Schreibe es uns in die Kommentare. Some miss Lumiere! Opa! 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 fairDE OPA Untertitelung des ZDF, 2020